Ein prächtiger Rahmen hier in Dresden, etwa 25.000 Zuschauer, der östlichste Spielort dieser WM. Vier FIFA-WM-Spiele werden hier stattfinden, dreimal in der Vorrunde und einmal im vierten Finale. Der Weltraindisten 1. USA, also gegen den Weltraindisten 8. aus Nordkorea. Das erfahrenste, älteste Team dieser WM gegen das jüngste und wohl am schwersten einzuschätzte Team. Aus Nordkorea. Hier die Aufstellung der Amerikanerin mit Hubs Solo im Tor. Alles wohl klingende Namen, Amy Rodriguez oder an Alex Krieger, eine MB Wombeck mit der 20, auf die wir besonders achten werden, die Amerikanerin, die Bekannten, vier.